Wohnen, Einrichten, Bauen Mit über 1000 Ausstellern ist die Heim- und Handwerk in München die größte Publikums- und Verkaufsmesse der Branche. Eine zentrale Rolle spielt dieses Jahr energieeffizientes Bauen. Innovation, Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein. Jetzt hat der Ofen aber noch eine zweite Funktion. Neben der Heizungsversorgung können wir eben auch noch Strom produzieren. Somit hat der Kunde sein eigenes kleines Kraftwerk da unten. Jetzt sehe ich hier, dass das von unten nach oben geht. Um hier einen Rollladenkasten anbringen zu können, muss man die breiteste horizontale Gerade nehmen. Und das ist nun mal untrend. Mein Lifestyle in meinem Heim. Swimmingpools in Deutschland. Lohnt sich das? Pool bedeutet einfach eine Erweiterung der Lebensfreude im eigenen Garten. Trends und Design. Was habt ihr denn darauf geklebt? Das ist echtes Holz. Wir haben auch dünnes Furnier mit einer Trägerschicht belegt, sodass wir das Holz durchleuchten können und es trotzdem steif ist. Seien Sie mit dabei auf Messeblick TV. Messeblick TV Messeblick TV Messeblick TV Messeblick TV Vielen Dank.